Meine Damen und Herren, ich darf Sie hier im Saal als Medienvertreterinnen und Medienvertreter, aber auch an den Bildschirmen, alle Interessierten, die heute zuschauen, herzlich begrüßen zu unserem Pressegespräch. Es geht um das Thema der Aufarbeitung sexualisierter Gewalt im Bistum Osnabrück. Ich begrüße auch unseren Bischof Franz Josef Bode, der hier gleich das Wort erhält und Stellung nimmt, zu dem Bericht, den die Universität Osnabrück am Dienstag vorgestellt hat. Es handelt sich um den ersten Zwischenbericht zu einem umfangreicheren Forschungsprojekt mit dem Titel Beschuldigte betroffene Kirchenleitung, sexualisierte Gewalt an Minderjährigen sowie Schutz- und Hilfebedürftigen Erwachsenen durch Kleriker im Bistum Osnabrück seit 1945. Der Bischof hat angekündigt, diesen Zwischenbericht, der am Dienstag vorgestellt wurde und den auch er und auch wir im Bistum erst am Dienstag zur Kenntnis nehmen konnten, den Bericht zu lesen und intern beraten zu wollen, um heute näher auf dessen Inhalte einzugehen und zu erläutern, welche Folgen sich aus seiner Sicht für das Bistum Osnabrück daraus ergeben. Kurze Anmerkungen zum Ablauf. Der Bischof gibt jetzt gleich zunächst seine Stellungnahme ab, die Ihnen entweder jetzt schriftlich vorliegt oder ausgeteilt wird. Mein Kollege gibt sie einmal rum, dann können Sie auch im Papier folgen. Danach haben Sie die Möglichkeit, Fragen zu stellen, an den Bischof natürlich, aber auch an einige Fachleute aus dem Bistum und aus dem Diözesanenschutzprozess, die hier an der Seite sitzen und vielleicht in Einzelfällen auch Antworten geben können. Was wir Ihnen außerdem austeilen, ist eine Broschüre, in dem Sie mehr lesen können zu unserem Diözesanenschutzprozess. Sie werden das Wort öfter hören heute und das ist ein wesentlicher Bestandteil der Aufarbeitung, die wir hier im Bistum Osnabrück leisten. Für Hintergrundinformationen also gerne auch diese Broschüre. Ja, damit übergebe ich das Wort an Bischof Bode. Ja, ich darf Sie alle herzlich begrüßen und auch diejenigen, die am Livestream zugeschaltet sind. Da werden auch sicher Betroffene dabei sein und ich weiß die ganze Spannung um Erwartung und Enttäuschung, die in der Luft liegt und in der Überraschung, dass der Bericht so umfangreich war, kann ich natürlich hier erst nur erste Antworten geben, wichtige Antworten. Aber wir werden natürlich im Einzelnen uns mit diesem Bericht noch weiter beschäftigen müssen, im weiteren Prozess. Und es ist ein Zwischenbericht. Das heißt, immer wieder wird das Wort vorläufig auch genannt. Wir werden auch noch die Dinge, die weiter auf uns zukommen, natürlich auf uns wirken lassen. Am vergangenen Dienstag hat die Universität diese Studie herausgegeben. Ich habe sie in Auftrag gegeben, damit die Wahrheit über den Umgang mit sexualisierter Gewalt, vor allem aber auch über den Umgang mit Betroffenen und Tätern im Bistum Osnabrück wirklich erforscht wird und der Öffentlichkeit bekannt wird. So wünschte ich besonders die ersten Ergebnisse schon nach einem Jahr, die uns nun vorliegen. Zunächst einmal möchte ich allen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern und den drei betroffenen Frauen und Männern, die die Studie begleitet haben, ausdrücklich danken. Schon der Zwischenbericht ist eine wichtige Hilfe für unser weiteres Handeln. Im Zwischenbericht sind erhebliche Defizite und schwerwiegende Fehler dokumentiert, die zu einem großen Teil in meiner Amtszeit gemacht worden sind, in diesen 27 Jahren, die ich jetzt in Osnabrück bin. Ich selbst habe in einigen Fällen fahrlässig gehandelt. Professor Schulte-Nölke sprach bei der Vorstellung des Berichts von schweren Sorgfaltspflichtverletzungen. Das war vielleicht meiner Leichtgläubigkeit oder meiner Zögerlichkeit geschuldet. Aber es geschah niemals in der Absicht, vorsätzlich zu vertuschen oder recht zu beugen. Ich bitte alle, denen aufgrund meiner Fehler und Versäumnisse noch größeres Leid geschehen ist, als sie bereits zuvor erlebt hatten, um Vergebung. Auch alle, die durch mein Handeln enttäuscht worden sind. Ich habe nun intensiv die Frage erwogen, ob ich nach den Ergebnissen dieser Studie noch im Amt bleiben kann oder dem Papst meinen Rücktritt anbiete. Diese Frage ist für mich umso dringender, weil mir bewusst ist, dass meine Glaubwürdigkeit schwer beschädigt ist. Ich habe mich mit engen Mitarbeitenden beraten und mich entschieden, in meiner verbleibenden Amtszeit mit aller Kraft den Aufgaben und Pflichten nachzugehen, die schon der Zwischenbericht aufzeigt und mich auch den Ergebnissen des Abschlussberichts dann in zwei Jahren zu stellen. Und an dieser Zusage will ich mich messen lassen. Der Zwischenbericht erschüttert mich, weil ich geglaubt habe, dass wir im Bistum Osnabrück schon weiter sind. Weiter vor allem in der Unterstützung der Betroffenen und der Wahrung ihrer Anliegen. Es macht mich sehr nachdenklich, wie eingeschränkt mein Blick war. Dieser Zwischenbericht führt mir das deutlich vor Augen und gibt wesentliche Hinweise, wie wir im Bistum die Situation ändern können. Diese Hinweise nehme ich sehr ernst. Herr Hauke hat bei der Vorstellung der Studie gesagt, bei Aufarbeitung gehe es letztlich um die Suche nach der Lehre aus der Geschichte. Für alle Seiten. Die Umsetzung dieser Lehre wird meine Hauptaufgabe für die nächsten Jahre sein. Begonnen wird damit jedoch sofort. Meines Erachtens würde ein Rücktritt diesen Prozess verzögern statt fördern. In einer Zeit der Vakanz könnten wesentliche Weichen nicht gestellt werden. Der Zwischenbericht der Universität bescheinigt mir und dem Bistum einen echten Lernprozess. Und diesen Prozess möchte ich in meiner verbleibenden Amtszeit weiter vorantreiben. Darin sehe ich meine jetzige und künftige Verantwortung und auch meine Verantwortung für den Synodalen Weg in Deutschland, der ja auch eine Antwort auf die Missbrauchsstudie gewesen ist und zur Aufarbeitung dient. In diesem Schutzprozess arbeiten bereits zahlreiche externe Fachleute mit. Entschuldigung, was ich habe. Was heißt das nun konkret, was ich jetzt im Allgemeinen angedeutet habe? Eine sehr wichtige Erkenntnis aus dem Zwischenbericht ist, ich und wir können aus eigener Kraft die Aufgaben, die anstehen, intern nicht bewältigen. Zugleich weist der Zwischenbericht darauf hin, dass der vor drei Jahren von uns begonnene Schutzprozess der richtige Weg in die Zukunft ist. In diesem Schutzprozess arbeiten bereits zahlreiche externe Fachleute in verschiedenen Arbeitsgruppen, um unseren Umgang mit sexualisierter Gewalt und auch geistlichem Missbrauch zu verbessern. Das betrifft die Bereiche Prävention und Intervention, das Hören und Begleiten von Betroffenen, den Umgang mit Tätern und Beschuldigten, sowie die wichtigen systemischen Grundfragen. Wesentliches Instrument der Kontrolle und Steuerung in diesem Prozess ist die überwiegend extern besetzte Monitoringgruppe. Diesen bereits bestehenden Schutzprozess werde ich erheblich stärken, um die schweren Defizite in unserem Verwaltungshandeln zu beheben. Erstens durch die Verstärkung der Monitoringgruppe. Ein unabhängiger Beauftragte oder unabhängiger Beauftragte gewährleistet zukünftig den ordnungsgemäßen Ablauf in jedem einzelnen Verdachts- oder Missbrauchsfall, der uns bekannt wird. Damit bekommt diese neue Stelle die Verantwortung, die bisher häufig von der Abteilung Recht und Revision wahrgenommen wurde. Weisungsberechtigt ist die Monitoringgruppe, nicht der Bischof, der Generalvikar oder eine andere Person aus der Bistumsleitung. Und diese Stelle eines solchen Beauftragten ist bereits ausgeschrieben. Ein zweites. Es wird zudem eine Ombudsstelle für Betroffene eingerichtet, damit die Anwaltschaft für die individuellen Belange der Betroffenen gewährleistet ist und in jedem Fall optimale Lösungen gesucht werden. Die Aufgaben dieser Person sind unter anderem, sie achtet nach, dass die Anforderungen der Studie zu unseren Pflichten gegenüber den Betroffenen auch umgesetzt werden. Sie vermittelt juristische, therapeutische, beratende und geistliche Hilfe, auch in Zusammenarbeit mit allen Beratungsstellen im Bistum und der Caritas. Sie unterstützt die Antragstellungen und andere Formalien. Sie achtet die angemessene Bearbeitungszeit durch die Bistumsverwaltung nach. Und sie erhält Verfügungsgewalt über den Fonds zur Finanzierung von Therapiekosten, die derzeit noch in der Bistumsverwaltung liegt. Der Zugang zum Fonds wird unbürokratisch und individuell geregelt. Weiterhin werde ich ausgemachte Defizite beheben durch verbessertes Controlling des Schutzprozesses. Der Vorsitz der Gruppe, der sich um Täter und Beschuldigte kümmert, liegt zukünftig nicht mehr bei einem Mitarbeiter des Bistums, sondern bei einer externen Person. Die Kontrolle, dass alle Auflagen von den Tätern eingehalten werden, wird ebenfalls von dem Beauftragten für den Schutzprozess verantwortet, der der Monitoringgruppe zugeordnet ist. Da ich als Bischof die letzte Verantwortung dafür habe, dass all diese Schritte auch umgesetzt werden, werde ich zukünftig von den strukturell verantwortlichen Quartalsweise Bericht über die laufenden Maßnahmen erhalten. Diese Berichte werden protokolliert. Meinerseits werde ich über diese Kontrolle Rechenschaft vor dem gemeinsamen Rat ablegen. Dazu gleich noch mehr. Ich habe gerade von dem Fonds gesprochen, aus dem bisher Therapiekosten finanziert werden. Neben den Kosten für Therapien werden künftig auch Mittel zur Verfügung gestellt, um zum Beispiel notwendige Unterstützung zur Lebenshaltung zu finanzieren. Der Zugang zu diesen Mitteln wird unbürokratisch und durch die oben erwähnte Ombudsstelle geregelt. Die Studie hat uns deutlich gemacht, dass die bisherigen Zahlungen zur Anerkennung des Leids Betroffene im Vergleich zu dem, was im Rahmen des weltlichen Rechts gezahlt wird, viel zu gering ist. Mein Kenntnisstand war bislang, dass sich die deutsche Bischofskonferenz an den staatlichen Regelungen orientiert. Am Dienstag habe ich erstmals gehört, dass das nicht so ist. Ich werde mich dafür einsetzen, dass dies auf der Bischofskonferenzebene zügig überprüft wird, darauf drängen, dass dies angeglichen wird. Auch die aufgeworfene Frage, ob Fälle sexualisierter Gewalt an die gesetzliche Unfallversicherung gemeldet werden können, ist aktuell bereits auf Bundesebene in Verhandlungen. Hier werde ich gegenüber der Bischofskonferenz auf eine rasche Lösung drängen. Auch in der Struktur der Bistumsverwaltung und in meinen eigenen Zuständigkeiten werde ich weitere Veränderungen vornehmen. Die Personalverantwortung für Priester darf nicht allein in priesterlichen Händen liegen. In der monatlichen Personalkonferenz beraten wir zwar bereits seit vielen Jahren in gemeinsamer Verantwortung von Frauen und Männern, Priestern und Laien verschiedener Professionen, Ich möchte aber, dass dies auch in der Leitung des Personalreferates abgebildet wird und der Bereich damit weiter professionalisiert wird. Mir ist seit Längerem sehr deutlich geworden, dass bei mir als Bischof die Verbindung der Rollen eines Seelsorgers und gleichzeitig eines Personalverantwortlichen sehr problematisch ist. Darum möchte ich diese Doppelrolle, von der auch die Studie spricht, auch für mich in meinem Bischofsamt so weit wie möglich auflösen. Sobald ich Informationen über einen Verdacht oder gar konkrete Hinweise einer Misstrauchstat erhalte, nehme ich diese ausdrücklich als Personalverantwortlicher entgegen. Das bedeutet, ich binde mich an die für alle geltenden Meldepflichten und werde die seelsorgliche Begleitung an andere Personen geben. Als Bischof möchte ich mich stärker als bisher von Gremien überprüfen und kontrollieren lassen. Dafür möchte ich die bereits angelegten synodalen Strukturen in unserem Bistum noch mehr stärken und nutzen. Insbesondere denke ich dabei an den gemeinsamen Rat. Diesem Rat tagen mehrmals im Jahr Vertreterinnen aller Gremien des Bistums und auch der verschiedenen Berufsgruppen. Ich verpflichte mich dem Rat jährlich einen differenzierten Rechenschaftsbericht vorzulegen. Dieser beinhaltet zentrale Entscheidungen in den Bereichen Personal, Pastoral und auch zu unserem Schutzprozess. Ich werde dies auch in der Geschäftsordnung des Gemeinsamen Rates entsprechend verankern. Ein sehr gewichtiger Vorwurf des Zwischenberichts ist die mangelhafte Aktenführung in der Personalverwaltung. Die eingeforderte vorschriftsmäßige Aktenführung ist seit Januar 2022 in der Umsetzung. Mit Vertretern des Betroffenen Rates, mit dem ich mich am Dienstag noch getroffen habe, habe ich vereinbart, eine gemeinsame Arbeitsgruppe einzurichten, die sich der schwierigen Frage des angemessenen Umgangs mit dem Andenken verstorbener Täter widmet. Darüber hinaus werde ich im regelmäßigen Austausch mit Betroffenen bleiben, um ihre Expertise in die geplanten Veränderungsprozesse in unserem Bistum einzubinden. Die Auswertung des umfangreichen Zwischenberichts ist natürlich mit den Maßnahmen, die ich Ihnen nun gerade genannt habe, nicht abgeschlossen. Bei allen persönlichen Fehlern bitte ich weiterhin um das Vertrauen aller Beteiligten und hoffe darauf, dass sie den gemeinsamen Weg mit mir fortsetzen. Ich danke aber auch allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die bisher so zu mir gestanden haben und es auch jetzt tun. Im großen Vertrauen auf Sie möchte ich mit Ihnen den neuen Anfang versuchen. Dankeschön. Ja, vielen Dank, Bischof Bode. Sie haben jetzt die Möglichkeit, Fragen zu stellen hier im Raum. Ich würde Sie um Handzeichen bitten. Dann kommt ein Kollege mit dem Mikrofon, damit Sie auch im Livestream zu verstehen sind. Und es dauert, glaube ich, einen Moment. Hier vorne bitte Frau Witte von der Neuen Osnabrücker Zeitung. Herr Bischof, Ihnen persönlich unterstellen die Gutachter ja keine bösen Absichten. Sie sprechen von Sorgfaltsverletzungen. Bei Ihren Mitarbeitern können Sie allerdings Vertuschungen oder auch Absicht nicht ausschließen. Inwieweit müssen Sie da Ihr Führungspersonal austauschen oder wie wollen Sie sicherstellen, dass da nicht sich Dinge verselbstständigen oder Mitarbeiter Entscheidungen treffen, die nicht in Ihrem Sinne sind? Zunächst mal steht ja, Sie können das nicht ausschließen. Ich werde natürlich zusammen mit dem Generalvikar, der ja die Mitverantwortung in der Verwaltung hat, gemeinsam überlegen, wie wir weiter vorgehen. Wie wir mit den einzelnen Dingen umgehen. Ich habe sehr das Vertrauen, dass ich mit den Mitarbeitern auch die Korrektur schaffen werde und dass wir in auch gegenseitigem Vertrauen diese Korrektur des Weges und den Lernprozess dann auch gemeinsam gehen. Das ist aber Sache, die ich dann näher zusammen mit dem Generalvikar erörtern werde. Weitere Fragen? Ich kann leider nicht alle sehen, im Zweifel einmal rufen, dann bekomme ich das mit. Ulrich Waschki von der Bistumspresse. Zwei Fragen im Detail. Einmal zum Personalreferat. Was heißt das? Wie soll die personelle Leitung neu ausgestaltet werden? Und das Zweite, die Zahlungen auf Bischofskonferenzebene. Wenn man die Bischofskonferenz kennt, dann hat man wenig Hoffnung, dass es schnell eine Einigung gibt. Wären Sie bereit, als Bistum Osnabrück auch auszuscheren und zu sagen, dieses starke Petitum der Forscher ist für uns so wichtig und so stark, dass wir hier auch die Einheit einer bundesweiten Regelung verlassen würden. Zunächst Personalreferat. Also das Hauptproblem war ja, ob Priester nur für Priester zuständig sein können. Und es muss mehr die Mitarbeiter leihen, die wir ja schon sehr stark haben, auch in der Personalkonferenz, muss in der Leitung sich abbilden. Und das bedeutet, dass es, es kann die Form einer Doppelspitze sein, das kann die Form einer Geschäftsführung haben durch einen professionellen Personalmenschen. Wir müssen ja die Struktur insgesamt dann bedenken. Und so etwa muss man sich das vorstellen, dass also eine Leitungsverantwortung von Laien, wie es das in anderen Bistümern ja auch gibt, im Personalreferat einbezogen wird. Und das zum Ersten. Zum Zweiten, zu den Anerkennungsleistungen. Ja, ich weiß, wie die Verhandlungen in der Bischofskonferenz sind. Aber ich habe tatsächlich jetzt zum ersten Mal gehört, dass da von der Staatsseite erheblich weitere Möglichkeiten sind. Und wir haben eigentlich immer gesagt, wir sind auf dieser Ebene. Und ich dachte auch bisher nicht auf dem unteren Level, sondern auf einem mittleren oder höheren. Das werde ich nochmal neu einbringen. Das werden wir nochmal verhandeln müssen oder überlegen müssen. Wenn das dann alles zu keinem Ergebnis führt, schließe ich nicht aus, dass wir hier vor Ort, aber immer in Anlehnung natürlich erstmal an das, was in Anerkennungsleistung von der unabhängigen Stelle vorgeschlagen wird, ob wir da dann irgendetwas hinzufügen. Es bleibt immer in dem Rahmen. Ich würde mich immer erstmal daran binden. Was wir dann noch tun, müssen wir dann überlegen. So würde ich das im Moment sehen. Weitere Fragen hier im Raum. Herr Juchon von der Katholischen Nachrichtenagentur. Herr Bischof, in dem Zwischenbericht ist öfter davon die Rede, dass gerade der Umgang, das Zugehen auf Betroffene, dass das noch sehr ausbaufähig sei, um es mal so zu formulieren. Würden Sie sagen, beziehungsweise darin steht, dass auch eigentlich in letzter Zeit vor allem durch die externen Ansprechpartner der Kontakt gelaufen ist oder vielfach, würden Sie sagen, dass es in der Bistumsleitung oder auch Ihnen persönlich sozusagen das Gespräch der Austausch mit Betroffenen doch sehr schwer fällt und das mit ein Grund war, da öfter und früher aufeinander zuzugehen? Ich muss sagen, ich war etwas überrascht über diese Aussage. Die Externen haben, glaube ich, gute Verbindungen und oft wird mir von den Externen gesagt, es ist jetzt günstig und gut, mit den Betroffenen zu sprechen. Und das Gespräch habe ich immer angenommen. Ich habe auch immer deutlich gemacht, dass ich jederzeit bereit bin, mit Betroffenen zu sprechen. Also ich persönlich habe mich davor nicht gescheut. Es ist oft diese Verbindung zu Ihnen und auch die, möchte ich mal sagen, das Proaktive noch mal auch darauf zugehen, ob es noch Betroffene gibt, das wird ja mehr vorgeworfen. Also nicht so sehr meine persönliche Beziehung dazu. Also ich habe da, glaube ich, nicht den schlechtesten Draht. Nur das gesamte System hat nicht genug, möchte ich mal sagen, auf die Betroffenen geachtet. Nicht, dass ich das jetzt nicht verantworten wollte, nur die Gespräche selber, sie sind nicht einfach und das ist immer eine Herausforderung, das weiß jeder. Aber ich werde das auch weiterhin verstärken, denn das war ja doch ein Hauptanliegen, das genannt wurde. Die Lernkurve im Umgang mit Beschuldigen geht groß, aber die andere ist flach. Und das werden wir näher angucken müssen. Ich habe ja ein Gespräch mit den Betroffenen gehabt und habe gespürt, dass sie bereit sind, mit uns diesen Weg auch dann zu gehen. Frau Peter, vorne noch mal. Ich habe noch eine Frage zu einem Fall, der im Gutachten angesprochen wird, in dem Sie auch involviert waren. Es geht um den Fall, der mit dem Initialen FH abgekürzt ist, einen Kirchenmusiker, der eine Beziehung zu einer 14-Jährigen haben sollte. Aus dem Gutachten geht hervor, dass Sie kürzlich diesen Fall auch nach Rom weitergeleitet haben und ihn dort als Beziehung bezeichnet haben. Erste Frage, glauben Sie wirklich, dass eine Beziehung zwischen einer 14-Jährigen und einem, ich glaube zu dem Zeitpunkt, 40-Jährigen Kirchenmusiker, der auch Priester war, eine Liebesbeziehung sein kann? Und Punkt zwei, das Bistum wurde offensichtlich mehrfach gewarnt, dass es weitere Opfer geben kann. Warum haben Sie da nicht interveniert? Also ich denke, dass der Begriff der Liebesbeziehung, die wir dann so schnell vielleicht vom Beschuldigten übernehmen, fehl am Platze ist. Denn das ist in unserem reifen Sinn keine Liebesbeziehung. Das ist das Erste, also in diesem Unterschied des Alters. Das Zweite ist, es ist ziemlich unerweisbar, in welchem Alter das wirklich geschehen ist. Und das ist die Schwierigkeit an diesem Fall. Und es gibt auch die Forderung, dass der Beschuldigte auch nicht in der Öffentlichkeit möchte. Und wir haben eben diesen Fall dann nach Rom gegeben und wir warten ab, was die Antwort ist. Ja, das ist ja genau der Punkt, der immer wieder angesprochen wird. Wie findet man, ohne dass man jemanden sofort in die Öffentlichkeit bringt, das ist bei einem kleinen Bistum schwierig, noch mal Betroffene, wie macht man das? Der Professor sagt, da gibt es Möglichkeiten für, ich sehe die schwierig. Und deswegen sehe ich da, also haben wir das vielleicht tatsächlich nicht genügend verfolgt. Und das gebe ich ohne Weisers zu. Ulrich Waschke, noch mal hinten. Sie haben uns ja allen jetzt sehr schnell, oder Sie haben sehr schnell die Flucht nach vorn angetreten, sehr schnell selber das Thema Rücktritt angesprochen. Trotzdem möchte ich noch mal darauf zurückkommen. Sie sagen, ich habe intensiv die Frage erwogen. Wann war die Entscheidung klar, ich trete nicht zurück? Und wie klar ist diese Entscheidung? Also ich habe mich schon, bevor die Studie überhaupt jetzt mich sehr damit befasst, also vor ein wenigen Wochen, ich habe auch Eigensgespräche mit dem Missbrauchsbeauftragten des Vatikans, Pater Zollner, den alle kennen, über diese Frage gehabt. Also ich habe das grundsätzlich als Möglichkeit erwogen. Und als ich dann, dann war eine gewisse Phase, wo ich sicherer war, dass ich bleibe, dann kam diese massive Studie jetzt. Da ist es mir noch mal in Zweifel gekommen etwas. Aber ich meinte sofort auch im Gespräch mit meinen Mitarbeitenden, und natürlich ist das eine höchstpersönliche Entscheidung, die man fällt, dass es für den weiteren Weg sinnvoll und gut ist, weil die Unterbrechung jetzt schlecht wäre. Es ist ein Zwischenbericht. Es ist etwas im Fluss, ein Prozess nach vorn. Und ich glaube, dass es meine Verantwortung ist, das auch in den nächsten Jahren weiterzuführen. Und das ist dann für sich am Dienstagabend noch in mir. Also diese Entscheidung habe ich Dienstagabend gefällt. Hier vorne war eine Frage. Einmal ganz vorne. Mikrofon kommt. Es gab nach der MGH-Studie 2018 eine Pressemitteilung des Bistums, dass im Zeitraum von 1946 bis 2015 es im Bistum Osnabrück 35 Beschuldigte und 68 Betroffene ermittelt wurden. Jetzt haben die Forscher der Universität aktuell bislang 90 mögliche Täter identifiziert. Das ist ja eine sehr große Differenz. Wie ist denn das zu erklären? Ich glaube, dass vorher die Zahl der von Hamburg, vom gemeinsamen Bistum, nicht dabei war. Das müssen aber die Fachleute sagen. Der kann Herr Schwerer werden. Stefan Schwerer ist Mitarbeiter im Offizialat des Bistums und auch Beteiligter an der Intervention im Schutzprozess. Das Mikrofon kommt. Bei der Pressekonferenz war die Zahl von 90 genannt worden. Der Bericht selber spricht von 70. Und das deckt sich schon viel eher mit den Zahlen, die uns auch vorliegen. Natürlich haben wir mittlerweile höhere Zahlen als 2018. Schon recht bald kamen ja 2018, 19, 20 etliche Fälle hinzu, die dann hinzugezählt werden mussten. Und dann waren wir schon relativ bald auf einer erkläglich größeren Zahl. Die Hamburger Zahlen spielen auch eine Rolle, sind auch mit eingeflossen. Und so kommt man dann irgendwann auf diese Zahl 70. Die Zahl 90 ist, glaube ich, nicht richtig bei der Pressekonferenz der Vorstellung der Studie genannt worden, da immer von 70 selber geschrieben wird. Ja? Ich hatte eben noch eine Frau Schwager, bitte, hier vorne. Von der EPD. Sie hatten gesagt, Herr Bischof, dass Sie, sozusagen, um es kurz zusammenzufassen, niemanden von Ihrem Leitungspersonal im Generalvikariat entlassen werden. Gibt es umgekehrt Menschen, die sagen, ich kann das jetzt so nicht mehr mittragen? Bisher ist mir das nicht zugetragen worden oder gesagt worden. Aber ich habe ja eben schon gesagt, Generalvikar und ich, wir werden diese Dinge noch konkreter natürlich durchgehen müssen. Und ich möchte natürlich so weit wie möglich mit denen, mit denen ich so lange nun auch in vielerlei Hinsicht gut zusammengearbeitet habe, diesen Weg auch gemeinsam korrigieren. Wenn ich bleibe, möchte ich auch, dass diejenigen, die mit mir bisher den Weg gegangen sind, möglichst bleiben. Aber das werden wir natürlich dann sehen. Noch einmal Herr Jochem von der KNA. Das wäre eigentlich noch mal eine Nachfrage zu der Frage von Herrn Waschki zu einem erwogenen Rücktritt. Haben Sie diese Frage auch mit Betroffenen oder mit dem betroffenen Beirat beraten? Ich habe ja ein Gespräch geführt jetzt vor kurzem noch, also am Dienstagabend sofort. Und es ist zumindest das Wort Rücktritt nicht gefallen. Ich habe gefragt, welche Dinge jetzt sinnvoll sind, was wir angehen können und so. Und es ist natürlich immer auf die persönliche Verantwortung auf dieses Ich hingewiesen worden. Aber es ist mir gegenüber dieses Wort nicht gefallen. Noch einmal hier vorne für den NDR. Warum haben Sie denn Ihr Versprechen von 2010 wirklich alle Möglichkeiten der Hilfe für Betroffene auszuschöpfen, laut diesem Urteil der Forschenden der Universität Osnabrück nicht einhalten können? Ja, ich habe damals ein sehr spontanes Zeichen gesetzt, das sehr wirkungsvoll war mit diesen Zeichen. Es wäre heute vielleicht angemessener. Ich habe nicht ermessen können, glaube ich, was es wirklich bedeutete und was auf mich zukam. Und ich habe dieses Versprechen so nicht eingelöst. Und es ist mir nicht gelungen, also in der rechten Weise, das in den kommenden Jahren zu tun. Das gebe ich ohne weiteres zu. Das ist ja das, was auch mir wichtig da genannt wird. Und das ist eben ein Zeichen gewesen, was ein Stück dann auch ins Leere gegangen ist. Aber trotzdem die Gesamtverantwortung, die mir natürlich bewusst war, ausgedrückt hat. Aber nicht genügend für mich persönlich vielleicht. Ich sehe im Moment keine weiteren Fragen hier im Raum. Ich will aber gerne noch die Möglichkeit geben. Wenn das nicht mehr so ist, dann möchte ich Ihnen allen herzlich danken für Ihre Aufmerksamkeit. Auch denen, die uns am Bildschirm zugeschaut haben. Dank an Bischof Bode. Einen weiteren guten Tag Ihnen allen. Dankeschön. Dankeschön.